Was geht ab? Was geht ab? Hier im Graz, hier im schönen Hotel in der Lobby. Also gestern sind wir, haben wir angefangen, sind wir hierher gefahren nach Graz. Wann sind wir angekommen? Gegen drei, vier Uhr sind wir angekommen. Wir sind im Zimmer gechillt, haben unser Gewicht gecheckt. Es war dann gestern so auf 62 Kilo, ungefähr gegen halb neun aufgestanden. Dann die erste Session, sind wir einfach ins Badezimmer gegangen, haben die Heizung aufgedreht, haben die Dusche angemacht, dass einfach so ein Klima wie in Brasilien herrscht, wo ich schön anfange zu schwitzen. Also Saunaklima. Da haben wir dann die ersten Kilos gemacht, dann habe ich mich gewogen. Es war ungefähr, was war ich, Dima? Das erste Mal. 59, ne auf 58, genau. Auf 58, 4 war das erste Mal. Dann habe ich mir gedacht, okay,